Also tödliche Angriffe mit dem Messer. Der gefährlichste Punkt ist der Hals. Jeder Stich und Hals bedeutet den Tod. Das nächste ist quasi die Achselhöhle. Dann in der Leistengegend. Innenseite der Oberschenkel. Und das nächste ist quasi, wenn das Messer zwischen die Rippen durchgeht. Wenn du einen Stich im Bauch kriegst, kannst du vielleicht noch überleben. Leber und Milz sind auch tödlich. Die Nieren. Und die Stiche, Angriffe in die Schulter. Mit einem Messer kann es immer Probleme geben. Das ist ein Stab für die Massage. Ich zeige dir jetzt mal, was man... Er kann irgendwo in der Tasche stecken oder... Dann in die Schulter. Sucht euch die schmerzhaften Punkte. Egal welchen Punkt ihr euch nehmt. Hier Und hier. Hier. Jetzt hier. 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 Mit so einem Kugelschreiber gibt es keine Probleme mit der Polizei im Grunde genommen oder mit so einem Massagestab. Kugelschreiber, solche Stäbe, Bleistift, Schlüssel. Am besten irgendwelche Sachen, die quasi vom Gesetzgeber nicht verboten wurden. Umso weniger Geld müsst ihr dann den Juristen zahlen. Aber es ist ein Kugelschreiber, das ist ein Kugelschreiber.